98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Internet und Medien. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation in Berlin. Sie möchten wissen, welche Zukunftschancen Ihre Beziehung hat? Dann fragen Sie Ihren freundlichen Facebook-Analysten. Facebook ist nämlich nicht nur der Meinung, dass es Liebesbeziehungen vorhersagen kann, sondern auch, ob eine Beziehung demnächst in die Brüche geht. Zwei Jahre lang sind die Daten von über einer Million liierter Facebook-Mitglieder ausgewertet worden. Ergebnis? Es scheint nicht nur wichtig zu sein, möglichst viele derselben Kontakte im Freundeskreis zu haben, sondern diese Freunde sollten zusätzlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Gemeinsame Freunde von der Arbeit, aus dem Sportverein und der Familie weisen auf eine stabile Beziehung hin, weil die Partner offensichtlich ihr Leben gemeinsam in eine Richtung gestalten. 98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation. Studiere Medienmanagement und sichere dir eine der letzten Studienplätze plus Berlin-Stipendium. www.paradiso.de www.paradio.de Das2019 9.4 05.1 10.1 14.1 15.1 15.1